Ja, ich habe mir ja auf die Fahnen geschrieben, zwei Wochen so ein bisschen Survival-Programm zu machen. Vom 7. bis zum 1.21.12. Ja, so ein bisschen was möchte ich dazu sagen. Und zwar geht es ja so ein Stück weit um ins Giften, ent-um. Das Entgiften. Ja, ihr seid ja auf den sozialen Medien, die als allererstes entgiften. Einfach zwei Wochen lang gar nichts mehr. Das tut gut, ja. Diese ganzen Scheiß. Oh, ich habe Scheiß gesagt. Nachrichten, egal ob Mainstream oder Alternativmedien. Ach ja, da ist so viel Leid, Leid. Und ich produziere immer mehr Leid, 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 Leid. Und Angst generiert es. Viel, viel Angst. Ja. Angst. Wir brauchen mehr Angst. Nein, brauchen wir nicht. Einfach mal abschalten.